Herr Schmidt, Sie sagen, dass aktives Management klar vorne liegt, wenn es um ESG geht. Wie begründen Sie das? Wir glauben, dass aktives Fondsmanagement durchaus Vorteile bieten kann in der Frage, ob ein Unternehmen nachhaltig agiert, nachhaltig aufgestellt ist oder nicht. Ein Punkt, den ich hervorheben möchte, sind insbesondere die Daten und die Datenqualität. Die liefern ein begrenztes Wissen und einen begrenzten Wert für die Unternehmensanalyse. Es braucht immer jemanden, der diese Daten interpretiert, einschätzt und in einen Gesamtzusammenhang liefert. Das kann aus unserer Sicht am besten der aktive Stockpicker, der auch das Geschäftsmodell im Blick hat, nämlich die Frage, hat ein Unternehmen ein langfristig tragfähiges Geschäftsmodell, hat es eine solide Bilanz und eine gute Dividendenpolitik. Diese Punkte gilt es miteinander übereinzubringen und wenn das geschehen ist, dann haben wir die optimale Analyse und die treuhändische Pflicht am besten erfüllt. ESG ist auch im aktiven Management oft eine Marketing-Story. Bei Ihnen auch? Bei uns nicht. Wir versuchen uns im deutschsprachigen Markt als der authentischste und glaubwürdigste Anbieter für nachhaltige Kapitalanlagen zu positionieren. Das bedingt, dass wir gerade in diesem Thema immer die neuesten Entwicklungen beim Thema Nachhaltigkeit antizipieren und aufgreifen, auch in der Zukunft in einem sehr dynamischen Umfeld, dass es definitiv über die nächsten Jahre bleiben wird. Der beste Beweis dafür und der beste Beleg sind einerseits unsere Kunden, andererseits unsere Produkte. Wir haben frühzeitig durch unsere Kundengruppen, in denen wir stark präsent sind, Kirchen, Pensionsstiftungen, wir haben uns früh an dieses Thema gebracht und die haben uns auch eins gelehrt über die letzte Dekade, nämlich Erfahrung und die braucht man bei diesem Thema. Hinsichtlich unserer Produkte haben wir ein klares Bekenntnis zur Nachhaltigkeit. Wir haben alle unsere Publikumsfonds beispielsweise mit dem Nachhaltigkeitslabel versehen. Wir haben zum Letzt für alle unsere gerateten Publikumsfonds drei Sterne im FNG-Siegel erhalten. Welche Fallstricke lauern bei der EU-Taxonomie? Grundsätzlich befürworten wir als Asset Manager die EU-Taxonomie, wenn sie denn kommt im Jahr 2023. Es gibt aber, wie Sie zu Recht ansprechen, mehrere Fallstricke. Die prominentesten Fallstricke aus unserer Sicht sind zum einen die Datenqualität. Es handelt sich nach wie vor um geschätzte Daten derzeit. Aber viel wichtiger ist das Thema der Portfoliokonzentration, wenn ich die EU-Taxonomie stringent in einem passiven Ansatz verfolgen würde. Gerade mal zwei Prozent der Unternehmen erzielen mehr als 50 Prozent der Umsätze EU-Taxonomie-konform. Wenn ich das rein passiv verfolgen würde, würde das zum Problem werden. Deshalb gilt es hier, die Abwägung auch zu treffen zu aktiven Strategien. Ich freue mich auf viele spannende Diskussionen mit Ihnen an unserem Metzler-Stand auf dem Institutional Money-Kongress. Ganz besonders freue ich mich auf den Workshop, den ich zusammenhalte mit meinem Kollegen Daniel Seiler aus unserem Sustainable Investment Office. Das Star Wars Das Star Wars Das starlebohan Das Star Wars Das doesn't Sam嘆 Das fromış popflot Das vamos heben Das Herr Du Du Vielen Dank.